Moin Moin miteinander und herzlich Willkommen! Wir spielen Skyforge und wir befinden uns auf der wunderschönen, traumhaften Insel Naori. Ja, bevor es aber hier auf Naori weitergeht, möchte ich ein bisschen was so zum grundsätzlichen Ablauf in den nächsten Folgen sagen. Ja, genau, okay. Mein kleiner Roboter braucht eine kleine Wartung. Gut, der kleine Roboter ist jetzt aber nicht wichtig. Ich gehe einmal kurz in die Übersichtskarte. So, okay, hier haben wir die Hauptstadt. Hauptstadt, okay, Turm des Wissens, Kathedrale. Ist jetzt alles nicht so wichtig. Hier können wir zum Beispiel ein großes Ritual mal durchführen. Und wir bekommen mehr Anhänger und wir bekommen ein detailliertes Kartenfragment und wir bekommen Siegel der Genauigkeit. Göttliche Verstärkung. Kritische Chance wird um 3% erhöht. Die Verstärkung dauert bis zum Ende des Tages an. Ach, wie schön. Ein kleiner Buff. Gut. Darum geht es mir aber nicht. Es geht mir um die Provinzen. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, habe ich, glaube ich, gesagt, ich würde... Na, regnet es hier? Oh, die traumhafte Insel. Mit ein bisschen Regen. Na gut, dann werden sich gleich die Wolken zuziehen und möglicherweise wird es auch gewittern und dunkel werden. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir gehen zurück in die Übersichtskarte. Also, was hatte ich vor? Ich wollte eigentlich, da ich, ja, viel zu stark bin, ich kann es ja mal zeigen. Also, ich bin für diese Insel viel zu stark. Ne? Ähm. Okay. Den Wert suche ich. Er ist vor meiner Nase. Also, 31.000 Prestige. Das ist eigentlich viel zu hoch für die Insel Naori. Ne? Ähm. Die Monster hier, ne? 14.000 Hitpoints. Ich habe 196.000, also über 10 Mal so viel wie die. Ist also eigentlich viel zu leicht für mich. Aber was soll man machen? Seit dem Ascendancy Update wurde halt vieles geändert. Und, ähm, diese Insel muss ich halt freispielen. Ich habe hier noch so ein paar Quests offen. Halb, ich habe sie so halb durchgespielt. Ne? So ein bisschen ist noch übrig. Und bei den Provinzen, ich wollte ja eigentlich die ganzen leichten Provinzen einmal so offline durchspielen. Und dann, wenn es ums Eingemachte geht, und das wäre dann so circa, circa, circa... Ah. Da war die Insel Naori übrigens. Also hier sind wir momentan. Und ich war eigentlich vor den ganzen Updates hier ungefähr. Milenische Höhlen. Da war ich so beim letzten... Das war mein letzter Stand, an den ich mich erinnere. Da habe ich damit angefangen, die Milenischen Höhlen durchzuspielen. Und da wollte ich dann auch ungefähr ansetzen. Aber ich habe festgestellt, ganz viele von den Karten, ganz viele von den Gebieten, habe ich vorher auch noch nie gesehen. Zum Beispiel hier, Fort Creek. Und Kloster Ignom habe ich gesehen, glaube ich. Aber zum Beispiel hier, Höhle von Antirius. Auf der allerersten Übersichtskarte, dieses Gebiet kenne ich gar nicht. Habe ich nie gespielt. War also vorher entweder gar nicht da, oder... Es war halt für viel höhere Level gedacht und wurde dann angepasst. Ich weiß es nicht. Und es wäre natürlich sehr schade, wenn ich das dann durchspiele und weder in meinen alten Videos das zu sehen ist, noch in meinen neuen Videos. Deshalb dachte ich, sei es drum. Auch wenn das Gebiet zu einfach ist. Wir gehen rein und dann laufen wir da halt durch. Dass wir es mal gesehen haben. Und je leichter die Gebiete sind, umso schneller werde ich dann durch diese leichten Gebiete durchlaufen. Und irgendwann wird sich das halt von ganz alleine einpendeln. Dann werden die Gebiete von ihrer Schwierigkeit her ungefähr mit meinem Prestige übereinstimmen. Und da wird es dann auch wieder ans Eingemachte gehen. Und bis dahin gucken wir uns die Gebiete einfach mal in Ruhe zusammen an. So, das war also mein Plan. Und den werden wir jetzt durchführen. Ich wollte eigentlich hier mit Höhle von Antirius anfangen. Aber wenn wir schon bei der Insel Nauri sind und dort habe ich echt kein Problem. Dann machen wir zuerst die Insel Nauri und gehen dann zurück. Und spielen dann alle Karten, die noch nicht hier geöffnet sind, einmal durch. Das ist mein Plan. Und das machen wir als Schattenmeister. Als Schattenmeister deshalb, weil ich gesehen habe, ganz viele Leute spielen hier eine der drei Startklassen. Also Lichthüter, Paladin oder Kryomant. Oder wechseln zwischen den Klassen immer wieder hin und her. Lichthüter und Paladin habe ich persönlich nur ein ganz bisschen angespielt. Kryomant, den habe ich gut ausgebaut. Also das ist eigentlich meine Hauptklasse gewesen. Bis ich dann den Schattenmeister freigeschaltet habe. Und Berserker und Bogenschütze habe ich dann nach dem Update dazu bekommen. Und der Schattenmeister gefällt mir. Ich komme aber mit ihm noch nicht so ganz zurecht. Ich habe hauptsächlich Schwierigkeiten beim Ausweichen von Fernkampfangriffen. Irgendwie treffen sie mich doch immer. Aber so langsam, langsam habe ich den Bogen raus beim Schattenmeister. Ich bin noch nicht so perfekt. Ich werde noch viele Fehler machen. Aber vielleicht ist es deshalb ganz gut auf den leichten Karten anzufangen. Die vergeben einem die Fehler dann auch ein bisschen. So, ah, okay. Gewitter im Paradies. Yay. So. Karte, habe ich hier auch irgendwas zu tun? Ich glaube, ah, hier hätte ich theoretisch was zu tun. Geduld. Besorge silberne Fallstrählen vom Aschfalen und nebelgrauen Lykanen. Ja, wenn das schon in der Nähe ist, kommt, dann machen wir das ein bisschen. Ein bisschen mit meinem Bike hier hindüsen. Naja. Gleich wird man merken, wie überpowert ich tatsächlich bin. So, bist du ein... Du bist ein nebelgrauer Lykan. So, na. Viel hat man jetzt von meinen Fähigkeiten nicht gesehen, aber... Ich werde es euch nochmal demonstrieren. Na, irgendeiner hier. Ja. Ich werde es euch nicht anschauen. Aber ist das so besonders wichtig? Oder. Vielen Dank. Das war's für heute. Ja, hier man sieht, die Monster sind überhaupt kein Problem. Also ich gehe hier durch, wie ein heißes Messer, durch Butter, die in der Mikrowelle nochmal angewärmt wurde. Ein Handgranate ist so. Das war's für heute. Oh, jetzt haben die hier so eine Handgranate fallen lassen. Die nehme ich natürlich mal mit. Und so eine Handgranate ist natürlich perfekt geeignet, um hier die zum Beispiel zu eliminieren. Also die ganzen Gegenstände, die man so findet bei den Monstern, die sind der Hammer. Die knallen so rein. Bei den Synergien. Die muss ich mir auch noch so ein bisschen Mühe geben. Switching to Combat Mode. Irgendwer krächzt hier rum. Keine Ahnung wer. Eigentlich suche ich gerade die ganzen Falschmonster, ne? Ich muss ja die hier jagen. Quest-Data addit to Archivs. Der Enemie ist verweigend. Es ist Zeit, um Theratos zu schützen. Oh, Theratos soll ich mir vorknämpfen? Das ist gleich ein Bossmonster. Ja, da ist er. Ja, schnappen wir ihn uns, ne? Aktivieren die Afterburning-Mode. Okay, da ist er. So, der kann bitte jetzt natürlich ein bisschen länger dauern. Specially dangerous enemy detected. Mission successfully completed. So, sogar so ein kleiner Boss ist gar kein Problem momentan. Hm, Zwillingssicheln bekommen. Aber die sind nicht besser als die, die ich jetzt habe. Rückgabe der heiligen Reliquien. So, was muss ich hier tun? Kanone. Ja, her mit der Kanone. Kanone finde ich immer gut. So, hol die Banner von Thais und Kelps an der Küste. Beseitige, mhm. Ach, das ist eine schöne Gruppe. Das ist eine perfekte Gruppe so für meine ganzen Schattenmeister-Fähigkeiten. Aber für eine Kanone funktioniert genauso gut, wie man sieht. Updates downloaded. Rebooting the system. Please wait. Ah, noch ein paar Kälbs. Ah, ein bisschen habe ich noch in der Kanone. Und noch ein paar Kälbs. Das war's. Beseitige die Elite-Truppen der Wirts und Kadaver. Huch. Na gut, die muss ich jetzt gerade nicht besiegen. Ihr hättet nicht auftauchen sollen. Insufficient memory space archiving data. So ein paar muss ich noch erledigen. Da kommen, da sind die nächsten. So, jetzt kann ich ja mal mit meinen Fähigkeiten versuchen. Ah, zu spät. Ah, zu spät. Let's go. So, machen wir die nächste Aufgabe. Entscheidender Schlag. Beseitige die Elite drum der Wirts und Kadaver. Ja, das wird auch nicht allzu schwer sein. Die Handgranate behalten wir bis dahin. Ich glaube, ich kann hier schon loslegen. Ach, Foulzahn. Ich bin ja mal gespannt, was so eine Handgranate bei Foulzahn ausrichtet. Boah, sehr schön. Victory Details Added to Personal File. Reminder, regular warranty maintenance required. So, weird. So, weird. So, weird. So, weird. Im Grunde genommen, naja. Es ist im Grunde genommen wirklich nicht so ein Durchlaufen, ne? Die Monster, die waren früher tatsächlich schwierig. Aber momentan... Momentan ist es einfach nur Spaß, ein Gott zu sein. Könnte man so sagen. So, 88%. Fast fertig. Ne, Kelp. Kelps wollen wir nicht. Quest-Data added to Archive. Es ist mir wieder. Ich habe eine Request. Wenn du das Ostküste besuchen möchtest, check die Probe da. Ich denke, es ist gebrochen. Eine kaputte Sonde, aha. Kaputte Sonde, das war immer den hier, ne? Eine wache Ostküste. Jo, machen wir. Ich werde dir hier ein bisschen wieder die Kelps rennichten. Zerstöre die Krakeneier. Ja. Requesten Updated Instructions. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. Wochi inn die Krakeneier. Das? Ja. calculate das Krakeneier. 94. Das, wasа 6 anластиk. $ fins für 10,000 kilometres. Die Krakereiente. Das ist so schön. So, wie viele muss ich denn noch? Na, ein Kraken gönnen wir uns noch, oder? Active Caution Mode Analyzing System Components, Efficiency 100% Yeah, 100% So, wie viele muss ich denn noch? Ganz schöne Menge So, Kraken-Eier muss ich immer noch und Kelps muss ich auch immer noch So, hab ich Ich hoffe, wir haben uns gleich, also So, wie viele? So, wie viele? Switching to Combat-Mode. Updates downloaded. Rebooting the system. Please wait. Please wait. So, endlich alle Eier. Ist nur noch so ein paar Kelbs hier. Komm her. Evasive Maneuver failed. Noch mehr? Äh, okay, Kelbs. Die hier. So. Wie weit sind wir? Wieder ein bisschen was geschafft. Ich glaube, wir werden nicht alles machen, oder? Äh, nein. Aber das hier machen wir noch. Aber, oh, nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Ja, die Wolken werden auch schon düster. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Jetzt mache ich ein kleines Päuschen. In der nächsten Folge geht es weiter. Da werden wir uns einfach mal durchkämpfen. Oder, ja, durchkämpfen. Durchkämpfen. Ein bisschen hier Gerüppel wegmachen. Und die nächsten Quests machen. Um dann hoffentlich irgendwann mal in ein anderes Gebiet zu wechseln. Okay. Das war es erstmal für heute. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis bald. So, ich wuche, das ist interessant. Ich gebir mich. Vielen Dank.